Haua! Hau! Nicht so fest! Oho! Diese Umkleideräume scheinen der einzig sichere Ort in dieser Welt zu sein. Hm. Ich habe eine Theorie. Umkleideräume ist so ziemlich der einzige Ort, wo ein Idol noch es selbst sein kann. Weil es im Backstage-Bereich, dort kommen selten irgendwelche Stars, also irgendwelche Fans hin. Ähm, daher denke ich mal, sind die sicher. Weil alles andere, wo diese ganzen Shadows und so auftauchen, sind ja meistens so die Bühnenbilder von den Orten, wie die Fans ihre Stars sehen. Ne, Schatz? Ich finde, die Theorie klingt gut. Hm. So far this door's been shown up every time we save a girl. Could they have been deliberately hidden from us until then? Or was there some other reason we were unable to detect them? Another possibility is that Sumomo-san and Nozomi-san's release caused the Doors to come into existence somehow. Iiiiih, das ist nass, Schatz. Ich habe eine Portion Liebe bekommen von der nassen Schnauze. Äh, you mind putting all that in simpler words? What do you mean, some other and somehow? No, ich habe dich auch, lieb, Skippy. If I knew that I wouldn't be having trouble working out the details, I can't say for sure at this point. Ähm, sobald Naoto antwortet, erinnere ich mich an etwas. Es scheint, als wenn wir alle dieselben, denselben Entschluss fassen. Wir alle sehen zu dem Spiegel an der Make-Up-Station. Ich habe eine Art von Samomo-san. Ich habe eine Art von Samomo-san. Ich habe eine Verbindung, ich möchte mit ihren Herz mit mir. Aber es ist zu lange. Es ist nichts, ich kann jetzt tun. Ich habe eine Art von Samomo-san. Ich habe eine Verbindung, ich möchte, mit meinen. Ich habe eine Art von Samo-san. Ich habe eine Art von Samo-san. Ich habe nichts, aber ein Lied. Ich würde es alles endieren. Gott, nur zu hören, ist es, würde ich in die Schmerzen. Gott, nur zu hören, würde ich meinen Stomach in knutze. Der Schmerz war sogar noch mehr stressiv als die letzte Mal. Kanji-kun, hast du gesehen? Huh? Die Person, die diese Note geschrieben hat. Ich habe gesagt, Vorsicht bei den Kabeln, Schatz. Ähm, wir haben diese Worte immer und immer wieder gehört, seit wir hierher kamen. Ähm, diejenige, die Verbindungen und Bündnisse erwähnte war. Skippy. Hey. Komm her, Schatz. Nicht in Mammis Einkaufstaschen rumkramen. Da ist nichts für dich drinne. Du sagst mir, das ist, wer diese Worte schreibt? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich habe keine definitiven Beweise, aber es scheint sicherlich eine Möglichkeit zu sein. Klar, die Schattenräten. Und... Unser Gedankenzug wird unterbrochen, als wir ein Klatschen von der Tür hören. Erschrocken drehen wir uns um, aber was wir sehen, ist eine viel größere Überraschung. Ohchie. Ohchie. Hahaha. Ja. 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 Tja. Ja. 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 Alter, die Frau macht mich wahnsinnig. Da könnt sie sich trotzdem entsprechend der Situation verhalten und nicht so kaltherzig sein. Um, ist Ochi immer so? Ich meine, nicht nur sie schreitend, aber sie ist in eine strange Welt. Und sie denkt niemals über wandern. Sie ist zu Angst. Angst, mehr wie Reckless. Sie nur schreit auf alle und sagt, was sie wollen. Wenn wir nicht gekommen sind, sie wäre auch gefährlich. Ich weiß nicht. Ich dachte, die Schäden sie nicht attacken, oder? Jetzt, dass du es erwähnt hast. Wir wurden von ihrer Fähigkeit gebrochen. Aber wenn du es denkst, ist das ziemlich verrückt. Es muss einen Grund sein, dass die Schäden sie nicht attacken. Es scheint so, als wenn Naoto-kun und die anderen über etwas diskutieren. Aber ich bin viel zu irritiert von Miss Oshimisu, um mich dafür zu interessieren. Ich weiß, ich habe meine Coolness verloren. Aber ehrlich, ich denke, ich kenne den wahren Grund. Nachdem ich entschieden habe, zurück ins Showbiz zu kehren, habe ich diese Produzentin von Kanami Kitchen kennengelernt. Diese, ähm, in Famous. Famous ist ja für bekannt, beliebt, äh, diese unbeliebte Miss Oshimisu. Vielleicht, ohne es zu bemerken, hat mir dieser Druck Angst gemacht. Ich bin mir nicht wirklich sicher, aber, ähm, das wird es wahrscheinlich sein, dennoch. Warum sollte ich mich interessieren? Wenn sie nicht attacken wird, dann gut für sie. Als wir mit Senpai treffen, müssen wir uns raus aus diesem stupiden Platz treffen. Können Sie alle bereit sein, bevor ich mit Senpai spreche? Ich bin gleich zurück. Das ist nicht gut. Ja, dein Kostüm ist ziemlich flauschig. Ähm, nachdem Reese's Team das, äh, das Umkleidezimmer verlassen hat. Nozomi sitzt vollkommen still neben, äh, Oshimisu. Ähm, und sie stehen bleibt, so als wäre sie verloren in Gedanken. Oh Gott, nochmal so eine Szene. Jetzt lernen wir wieder Lebensweisheiten. Didn't wedrehen. Still dealing with that social anxiety? Oh, uh, yes. Yes, ma'am. I, 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 uh, Eine unangenehme Stille macht sich zwischen Oshimisus Ausdruck und Ozomis niedergeschlagenem Gesicht breit. Kannst du an dem Festival performen? Ich kann es. Ich werde es tun. Ich weiß. Ähm, wenn du nicht mindest, bitte checkt meine L&B-Tanz. Klar, geh an. Aber Kraft. Oh Gott. Äh, ich hab irgendwie das Gefühl, Oshimisus hat ein paar Sitcoms, ein paar Serien zu viel im Fernsehen geglotzt. Halleluja. Ich meine, was sie so erzählt, klingt echt wie so eine Sitcom oder so eine Serie aus Japan. Die ich wahrscheinlich auch gucken würde, wenn ich Langeweile hätte. Ähm, selbst nachdem wir das umkleide Zimmer verlassen haben, kann ich meine Wut nicht abschütteln. Ja, könnte ich auch nicht. Ich weiß, dass ich kindisch bin, aber das bedeutet nicht, dass ich es, äh, dass ich das einfach so abschütteln kann. Ich will dich grad nicht, Teddy. Geh weg! Alter, das klingt pervers. Ja, ja, du bist richtig. Ich bin sorry, Leute. Ich werde zurückkommen. Nun, dass wir Sumomo und Nozomi saveen, gehen wir mit Senpai und den anderen. Sie sagten, dass sie keine große Probleme hatten. Das ist sehr gute Nachrichten. Dann gehen wir zur Rendezvous-Punkt? Dann gehen wir einander zu und beginnen, nach vorwärts zu gehen, als wir bemerken, dass Kanji, ähm, ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, dass es Kanji halt nicht so gut geht. Ah, was ist denn da los? Kanji-kun? Was ist falsch? Ist es ein Problem? Nein, nur über etwas zu denken. Oh mein Gott, du denkst? Tut dir bloß nicht weh. You know how that rumor talks about the other side? That's here, yeah? Do you mean the Love Meets Bonds festival rumor? Let me see. When you look at the website at midnight, an unfamiliar video plays. And in that video you can see a dead idol dancing. And anyone who watches that video is taken to the other side, never to awaken again. I believe that about sums it up. Now, back to your question. From what we've experienced, yes. We believe that we're on the other side. Why? Well, we haven't run into much here. Just the idols we saved, that damn voice, and those weird-ass ribbon shadows. But the chumps who watch the video are taken here, right? Then, where the hell are they? Shouldn't we be saving them too? You've got it wrong, Kanji. Those people are still in our world, never to awaken again. From what I've gathered, the victims are left in a comatose state. I came across no reports of missing persons. There was an eyewitness account of a victim being pulled by something. But he was in a coma. Just like... No, wait. You're right. It is strange. Now, John? What's wrong? Kanjis Frage schien einfach zu sein, aber als sie antwortet, unterbricht Naoto Kun sich plötzlich selbst und wird ruhig. Ich konnte die Anspannung in der Luft spüren. Hat Kanji wirklich etwas Ernstes herausgefunden? Risse-san, do you remember the first time we came here? Huh? Um, yeah. That video and the rumor actually popped up. Then those ribbons ensnared us, pulling us into this world. Unlike the other victims, we didn't fall into a coma. Hush, dish. Yeah, that's true. The next victims were the idols of Kanami's Kitchen. Yo. They apparently went missing, and we eventually found them all here. None of them fell into a coma, and neither did we. Just like our first time. That's why I missed it. Missed what? Are any of you familiar with the condition known as Apathy Syndrome? Oh, schön. Persona 3 angehindert. It appeared a few years ago around Tatsumi Port Island. Victims lost their sense of self, unable to even speak. I was researching it recently for the sake of another case. It seems the symptoms of Apathy Syndrome. were in actuality the side effects of Shadows leaving the human body. Shadows leaving? Ach, wie schön. Persona 3 nochmal hier angehindert. Ach, ich liebe es. Leider hat das Team, das Persona 3, 4 und 5 gemacht hat, äh, ähm, man könnte sagen, Atlas, naja, nicht ganz verlassen. Die haben eine kleine Nebenfirma jetzt gegründet und machen jetzt für die Spiele. Die haben sozusagen Platz gemacht für die neue Generation. Diese Welt hat so gesehen nichts mit Persona 3 zu tun. Ähm, Naoto zieht einfach nur die Schlussfolgerung, dass die Shadows, die wir jetzt hier immer die ganze Zeit sehen, von denen wir uns fragen, wo die herkommen, im Prinzip die Shadows der Leute sind, die ins Koma gefallen sind. Das ist so die, die Schlussfolgerung, die Naoto zieht. We came to face and accept our Shadows, thus attaining the power of Persona. But what about an average person? What would happen if their shadow was forcibly removed from them? Are you saying that's what's causing the comas? I'm almost positive that is the case. I was mistaken. I assumed there would be some degree of discrepancy between the rumor and the facts. But in truth, the rumor was accurate. We were the outliers. The special cases. Most likely, our control over our shadows was what kept us from falling victim. Wait, then what about those kitchen girls? They were acting normal in here like us. Are you saying they use personas? They would also be considered special cases. Recall what that voice said. Both Sumomo-san and Nozomi-san were shocked when that voice brought up their most private information. It would be natural to think that the voice knew them from the start and pulled them in here deliberately. In addition, when Rise-san, Senpai, and I were pulled in here, it was around midnight. But for them, it must have happened earlier, between our initial meeting and the time they were reported missing. Meaning their case does not meet the rumor's condition of being pulled in at midnight. But, but, how come they're so special? Who are the dead? That would be because they are the main guests of this midnight stage. Main guests? That voice called this place the midnight stage, did it not? Naturally. A stage exists for the sake of the performer using it. And the audience watching it. The four members of Konami's Kitchen were summoned here for a purpose. To fill the role of performers for these stages. Rise-san, I suspect the same was true for you. What? Me? I said we were pulled in around midnight. But that, and watching the video at that time, were merely Coincidence. The fact that stages were ready for both you and the idols of Konami's Kitchen, is proof itself. Hold on a sec! So does that mean this world was made just for Rise-chan and Konami's Kitchen? Oh, and there's no one. And if they're the performers, are the shadows the audience? Where did those guys come from, though? Exactly. Do you recall how that voice talked about shadows coming to this world looking for bonds? And I'm sure we all wondered why we seem to be able to communicate our feelings to these shadows. There is but one explanation to it all. Suppose that, like the times we each faced our own shadows, These shadows, too, are entities which share a close connection with the human heart. Hey, I'm trying to say that they're... They're the shadows of people who saw the video on the LMB site and fell into a coma? So that's what it means to get taken? Yes. However, judging from the fact that some saw the video yet remained conscious, we can conclude there is some method to the selection of those that were taken here. Hmm. Now I see why those shadows felt different from the ones I know. Hmm. Äh, gerade als ich mich davon erhole, dass so eine Nachricht, äh, förmlich vor uns explodiert ist, obwohl es uns näher an die Wahrheit des Falls führt, fühle ich mich plötzlich wie, äh, ausgesaugt. Äh, die Alarmglocken schrillen in meinem Kopf. Die LMB-Seite ist immer noch im Internet, äh, für jeden erreichbar. Wenn alle, die das sehen, äh, plötzlich ihre Schatten, äh, ihre Shadows herausgerissen bekommen und in diese Welt geworfen werden... Guys, this is not good. As long as there are people, who try that rumor out, this world will keep in flooded with their shadows. That means... Daselbe, was die Stimme sagte, sie kann unendlich viel haben. What is this? An earthquake? Whoa, 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 what's going on? Wow, everything's all shaky! Shaky, waky! Let's hurry. Something might have happened. We need to join Senpai and the others, fast. Lauf. Lauf, Riese. Lauf. Jetzt wird's lustig. Wir haben einen dritten Story-Stranki. Voll ohne Monster. Voll ohne Monster vor allem. Miss Oshimisu wird hineingezogen und Yu-San und seine Freunde springen in dieses Plasma, als ob sie hinter ihr herrennen wollten. Über die Hälfte von Menschen, die hier waren, verschwinden in einem einzigen Augenblick. Was ist da gerade passiert? Ich weiß nicht mal, was hier passiert ist. Alles, was ich tun kann, ist vollkommen verblüfft zurückzubleiben. Das haben sich die Macher auch scheinbar gedacht. Oh fuck, wir haben Kanami vergessen. Mist, da müssen wir noch was reinprogrammieren. Nein, wird ganz lustig. Ihr Part gefällt mir am meisten. Es bringt so ein bisschen Entspannung zwischen den ganzen Zeugs. Was ist passiert, Kanami-chan? Sie sind flüstert. Äh, ja, ihr habt das jetzt nicht zufälligerweise alle mitbekommen, oder? Äh, Inoue-san war für einen Moment lang nicht hier, aber er scheint bemerkt zu haben, dass etwas Seltsames im Studio vor sich geht. Er kommt schnell zu mir, aber er scheint dennoch sehr gefasst zu sein. Als er sieht, dass ich alleine bin, äh, sieht sich, äh, Inoue-san um und seufzt leise. Hä? Wo ist Miss Ochimizu? Ähm, picknicken? Oh, dear. Und sie sagte, sie würde nach Konami-chan schauen, als ich einen Telefon hatte. Inoue-san, das ist schrecklich. Ich meine, das ist wirklich schrecklich! Was meinst du? Ich gebe mein Bestes, zu erklären, was passiert ist, äh, zu, äh, ich gebe mein Bestes, zu, äh, Inoue-san zu erklären, was passiert ist, der, äh, zweifelnd seinen Kopf hin und her wiegt. Aber, als ich versuche, die Dinge zu erklären und gerade in meinem Kopf zu sortieren, was geschehen ist, hab ich das Gefühl, dass er mir sowieso nicht glauben wird. Äh, ich versuche, ihm dazu zu bringen, mir zu glauben und ich, äh, drehe mich zu dem Kameramann, äh, zur Unterstützung. Die sollten doch auch gesehen haben, was passiert ist. Der Kameramann nickt, äh, immer noch ein bisschen abwesend, aber Inoue-san lächelt einfach als Antwort. Mein Gott, Inoue-san ist so eine coole Sau. Alter, der ist so eine coole Sau, ich sag's euch! Der klappt uns nicht, der klappt den anderen nicht und sagt dann, ach, oh wisst ihr, Kanami-chan, brauch jetzt erstmal ne Pause. Alter Schwede, Inoue. Du coole Sau, du. Es hat wirklich passiert. Ich meine, ich sah es mit meinen eigenen Augen. Ich weiß, ich weiß. Ich werde es irgendwie machen, also nicht zu viel über das Konami-chan. Nein, so ist das gar nicht in der Klapse. Aha, ich weiß, wie es in der geschlossenen aussieht, aha. Es macht keinen Sinn, er hört mir nicht zu. Inoue-sans, äh, Ton ist vollkommen ruhig, so wie immer. Und, äh, ich bezweifle, dass er überhaupt das glaubt, was ich gesagt habe. Inoue-san! Das ist schwierig, doch. Wir können bereits nicht die Kanami-Kitchen-Girls erreichen, und jetzt haben wir Miss Ochimizu zur Liste. Das wird nur noch mehr Energie zu diesem Ruhm erzeugen. Welcher Ruhm? Oh, hast du gehört? Es gab einen Ruhm, die sich um die L&B-Webseite zu verfolgen. Haha, es ist absurd, aber supposiv, wenn du die L&B-Webseite zu verfolgen, es spielt ein Kursd-Video. Sie sagen, die Leute, die sie sehen, werden von der anderen Seite getrennt, und nicht wieder wundern. Ein Kursd-Video? Es ist gut für die Website-Webseite, und der Interesse ist sicherlich auf das Ergebnis. Aber, um die Details zu dem Ruhm, ist es schwer zu sein, zu sein. Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf fühlt sich plötzlich wie vernebelt an, und ich bin nicht mehr ganz bei der Sache. Meine Reaktion sehend nickt Inoue-san, ähm, so als ob er eine Entscheidung für etwas getroffen hat, und seufzt. Oh, ich glaub, wir lernen, ja, wir lernen gleich den süschesten Charakter der Persona 4-Reihe kennen. Inoue-sans wurde Sorgen dafür, dass ich mich erinnere, richtig. Tamamin und die anderen sind immer noch verschollen. Obwohl es mich ein wenig traurig macht, realisiere ich schnell, dass es jetzt nicht die Zeit ist, sich darauf einzulassen. Aber inoue-san, wir müssen uns für Mizo-Chimizu und die anderen schauen schauen. Hm, Konami-chan. Okay, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Ich werde mit dir mit dir späteren, also, dass du dir ein bisschen resten kannst. Entschuldigung. Oh, ich verstehe. Es braucht nur ein paar Minuten, um vom Studio in den Umkleideraum zu gehen, aber dieses Mal fühlen sich diese Schritte melancholisch an und so, als ob er sehr weit entfernt wäre. Ich habe versucht, diese Sache noch ein letztes Mal zu erwähnen, bevor ich gegangen bin, aber alles, was er sagte, war, dass er irgendwie etwas damit tun würde. Ich wurde gezwungen, zurückzutreten. Es war, als wäre ich weggescheucht worden. Vielleicht bin ich einfach zu... höflich? Risa Senpei hat mir gestern dasselbe gesagt. Ähm, ich kann nicht einfach so weitermachen. Erstmal beruhigen, tief Luft holen und dann nachdenken. Es ist alles verloren. Vollständig dahin. Ein kompletter Rückzug, äh, Rückschlag. Ähm, die Rückschläge häufen sich in meinen Gedanken, als ich meine Schultern hängen lasse, vollkommen besiegt. Tanzen. Oh mein Gott, habe ich zugenommen? Na, kann nicht sein. Ich habe ja nur 15 Bürger gestern gefuttert. Ich kann mich nicht mehr auf und zurück sitzen, auch nicht. Äh.